Leute, gute Nachrichten für alle, die das Gefühl haben, dass es extrem lange dauert, bis wir die Waffen in X-Define leveln, um sämtliche Aufsätze freizuschalten, die Camers freizuschalten und so weiter und so fort. Marc Rubin hat gestern auf einen Post reagiert, wo sich jemand nicht beschwert, aber sich darüber auslässt, dass man das Gefühl hat, dass man selbst mit 20 plus Kills in einer Runde einfach kaum einen Fortschritt an den Waffen feststellt, wenn man jetzt nicht gerade XP Boost hat übers Wochenende. Die letzten zwei Wochenenden war es ja immer so, dass wir zwei, drei Tage Doppel-XP hatten, was eine feine Sache ist, aber wenn du nicht gerade über den Battle Pass irgendwelche XP Boosts für deine Waffen aktivierst, die meistens nur 20, 30 oder 40 Minuten, keine Ahnung, wie die alle gehen, aber die meisten sind 20 Minuten. Und 20 Minuten, sind wir ehrlich, ist keine lange Zeit und es kommt erst in naher Zukunft, vielleicht erst in Season 1 schaffen sie es, einen Patch, wo das dann so ist, wenn du einen Boost aktivierst, dass der Boost nur den Counter runterzählt, wenn du in einem Spiel bist. Aktuell ist es so, wenn du diesen Booster aktivierst, zählt der auch runter, wenn du in der Lobby wartest, wenn das Matchmaking ist oder du einfach an deinem Loadout rumfummelst. Und so soll dann demnächst ein Patch kommen, vielleicht kommt er auch noch in der Pre-Season, das kann auch sein, das kann ich nicht genau sagen, aber Mark Rubin verspricht hier auf diesen Post, der ist 24 Stunden ungefähr alt, der Post, der war vom Samstag gestern quasi und dort heißt es, dass es auf jeden Fall Änderungen geben soll. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es im zukünftigen Level-System, dem Prestige-System, ich habe vor kurzem drüber berichtet, darum, so im Spiegel verkehrt, es soll in Season 1 kommt das Prestige-System, wo wir dann, was ist das Maximallevel in X-Defined 100? Ich weiß es nicht genau, habe ich tatsächlich noch nicht nachgeschaut, aber auch das Leveln dauert hier sehr, sehr lang und es soll 15 plus 1 Master Prestige-Level geben. Und das finale 16. Prestige nennt sich Grand Master Prestige-Level, habe ich vor wenigen Videos auch drüber berichtet. Sobald ich mehr weiß, wann genau da ein Patch kommt, ob das jetzt das Level-System für die Waffen ist oder vielleicht das Prestige-System, ob es im allgemeinen Level-System irgendwas gibt, damit das ein bisschen schneller kommt, ich halte euch auf dem Laufenden. Also vergesst nicht zu abonnieren, würde ich mich auf jeden Fall sehr drüber freuen, ich wünsche euch noch einen schönen Rest-Sonntag und einen Start in die neue Woche, einen schönen Start in die neue Woche, haut rein, ciao.